Musik Jeder Computer arbeitet also mit einer riesigen Menge an Nullen und Einsen, mit denen er alle Zahlenwerte darstellen und speichern kann. Und das gilt nicht nur für Bilder. Jede digitale Information, zum Beispiel auch eine Musikdatei, besteht ausschließlich aus einer Abfolge von Nullen und Einsen. Und hier liegt auch der riesige Vorteil der digitalen Information. Eine digitale Kopie entspricht exakt der Originaldatei. Es können beliebig viele Kopien ohne Qualitätsverlust erstellt werden. Auch beim Transportieren der Informationen haben die digitalen Daten den klaren Vorteil. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020